Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, sonst seht ihr immer die aktuellsten Videos. Ich bin hier gerade bei der Schul-Mensa und hier gibt es einen Eingang. Und das ist eigentlich der Haupteingang. Ja genau, und jetzt guck mal was ich gesehen habe. Hier, Eingang für Ungeimpfte. Es gibt jetzt einfach einen speziellen Eingang für Ungeimpfte. Äh, was?